Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Space Creator Day voller Erfolg. Indien liefert OneWeb-Satelliten ab. ISS muss erneut russischem Waffentest ausweichen. NASA findet durch Metroiteneinschlag auf Mars auch in Äquatornähe Eis. Kerbal Space Program 2 steht kurz vor Veröffentlichung. SpaceX bietet Starlink auch für mobile Anwendungen wie Wohnmobile an. Und mit dem SpaceX Falcon Heavy Start stehen wir nur wenige Tage vor dem Start der aktuell leistungsstärksten einsatzbereiten Trägerrakete. China startet Raumstationsmodul und die NASA will mit einer Hüpfburg durch die Hölle. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge natürlich nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Es hat nicht sollen sein. Nicht, dass das GSLV Mark III nicht gut performt hätte. Es lief alles wie am Schnürchen. Nur mein Stream aus Speyer war wegen miserabler Netzabdeckung leider nicht vom Creator-Vorabend-Meeting möglich. Tut mir sehr, sehr leid. Am Samstag, den 22. Oktober um 20.37 Uhr MESZ ist das indische GSLV Mark III erfolgreich mit OneWeb-Internet-Athleten gestartet. Die schwerste Nutzlast für die indische Raumfahrt überhaupt und die erste kommerzielle Nutzlast für diesen Raketentyp. Indische Raumfahrt sehr spannend und wird, wenn es so weitergeht, der europäischen ordentlichen Marktanteil abnehmen. Meine Technik-Episode über die indische Raumfahrt verlinke ich dir unter dem Video. Wo der Livestream geklappt hat, das war am Sonntag, 10 Uhr MESZ, Jungfernflug des Space Creator Days One. Startplatz war Speyer und der Community-Orbit wurde präzise erreicht. Und die Nutzlast aus Kreatoren wurde erfolgreich ausgesetzt. Dazu aber gleich mehr. Am Mittwoch, den 26. Oktober um 2.20 Uhr MESZ ist vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan die Frachtkapsel Progress MS-20 mit einer Soyuz 2.1a zur ISS gestartet. An Bord hatte das Progress-Raumschiff insgesamt 1.357 Kilogramm Stückfracht, 702 Kilogramm Treibstoff für den russischen Teil der ISS, 40 Kilogramm Sauerstoff und 420 Kilogramm Wasser. Ebenfalls an Bord hatte dieses Progress Bauteile für den weiteren Ausbau des Nauka-Moduls. Denn während kommender russischer Außenbaut-Einsätze soll eine Plattform an Nauka angebracht werden, an der künftig Experimente installiert werden können. Für genau diese Plattform hat Progress MS-21 weitere Bauteile an Bord. Progress MS-21 dockt er erfolgreich am 28. Oktober um 4.48 Uhr MESZ an dem russischen Modul Poisk an, wo noch wenige Tage zuvor Progress MS-19 dockte. Anders als für die Soyuz-Starts wird für Starts der Progress-Raumkapsel der Orbit der ISS nicht vorher angepasst, sodass zwischen Start und Andocken an die ISS bis zu 50 Stunden Soloflug vergehen. Am Freitag, den 28.10 Uhr ist frühmorgens um 3.14 Uhr MSZ eine Falcon 9 mit Starlink Internet-Satelliten von der Westküste aus gestartet. Vom Sonnenuntergang aus angestrahlt war er in Kalifornien wieder besonders schön anzuschauen. Der Start erfolgte von der Vandenberg Space Force Base aus und die achte Landung von Booster B-1063 auf dem Droneship Of Course I Still Love You war erfolgreich. Und auch die 53 Starlink Internet-Satelliten wurden laut SpaceX auf ihrem initialen Orbit von 337 x 230 Kilometer bei einer Inklination von 53,22 Grad ausgesetzt. Am Samstagmorgen, den 29.10 Uhr, um kurz nach 3 Uhr, hat die China Aerospace Science and Technology Corporation von Jingquan eine lange Marsch 4C mit Yangon Erdbeobachtungsathleten gestartet. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bis hierher schon gefallen hat, dann lass doch dem Video ein Like da und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau, unbedingt senkrecht Start abonnieren. Aber zu den Raumfahrt-News. Eigentlich schon am 24. Dezember letzten Jahres wurde ein Marsbeben der Stärke 4 von der NASA Mars on the Inside registriert. Wie jetzt bekannt wurde, war die Ursache dieses Bebens ein Meteoriteneinschlag, der als einer der größten gilt, die auf dem Mars seit Beginn der Erforschung des Kosmos durch die NASA beobachtet wurden. Der Meteorit hatte eine geschätzte Größe von 5 bis 12 Metern. Das wäre eigentlich klein genug, um in der Erdatmosphäre zu verglühen. Da die Marsatmosphäre aber nur 1% der Dichte der irdischen Atmosphäre hat, schlug der Brocken auf dem Marsboden auf. Der Einschlag sprengte einen Krater mit einem Durchmesser von etwa 150 Metern und einer Tiefe von 21 Metern in unseren Nachbarplaneten. Noch spannender aber, beim Aufprall schleuderte der Meteorit neben Geröll auch riesige Eisbrocken aus dem Marsboden. Das ist eine super spannende Neuigkeit, weil sich die Einschlagstelle relativ nah am Marsäquator befindet. Auch hier gibt es also unter der Oberfläche Eis. Das hat natürlich Auswirkungen auf die künftigen Pläne der NASA, aber auch von gewissen Milliardären, die Astronauten auf den roten Planeten schicken wollen. Die Bilder des Einschlagkraters sind natürlich nicht von dem Mars Lander Insight, sondern vom NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Was ein geiles Event. Unser erstes Community Meetup. Am Sonntag, den 23. Oktober, hat sich die Community in der Raumfahrtausstellung des Technikmuseums Speyer getroffen. Rahmenprogrammen waren die von Micha von Astrodom hervorragend moderierten Fragerunden mit den Kreatoren Astro Tim, Harzner, Silvan von Mars Chroniken, Thorsten von Orbital Plausch, Chris von Video Space News, Felix von Waterboard It, der übrigens extra aus den USA angereist ist, Adrian von NASA Spacelight und Flo von Everyday Astronaut. Ja, wir haben eure Fragen beantwortet und standen den ganzen Tag weiter zum Plauschen und Fachsimpeln bereit. Ich war absolut überwältigt von der Herzlichkeit der gesamten Community und der positiven Grundstimmung des Events. Hätte mir jemand vor drei Jahren bei der Konzeptionierung von Senkrechtstarter gesagt, dass ich mal eine Stunde lang Autogramme geben würde, ich hätte laut gelacht. Vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Komplimente und den Zuspruch für meinen Kanal. Hashtag Team Space. Neben den Space Creators waren auch Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, Isar Aerospace und der Rocket Factory Augsburg zu Gast. Ja, die haben Merch verteilt und eure Fragen beantwortet. An dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an das Orga-Team um Chris, Silas und Simon. Hammer, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Hashtag Team Space. Das Event kann man online nachschauen, den Livestream, den verlinke ich euch unter dem Video. Eine Neuigkeit, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Kerbe Space Program 2 steht kurz vor der Early Access Veröffentlichung. Ja, noch nicht mit allen Features wie Online-Multiplayer, dafür aber mit neuer Grafik und aufpolierter Steuerung. Veröffentlichung ist der 24. Februar 2023. Ja, mal sehen, ob dann von mir noch Videos erscheinen oder ich den ganzen Tag zocke und mein bisheriges Leben vergesse. Kommen wir zu den ISS News. Die russische Frachtkapsel Progress MS-19 dokte am 24. Oktober um 0.45 Uhr MSZ nach einer Missionszeit von 250 Tagen von dem russischen Modul Poisk ab. Wenige Stunden später verglühte sie nach einem Wiedereintrittsmanöver um 3.51 Uhr MSZ gegen 4.32 Uhr MSZ über dem Südpazifik. Progress MS-19 startete am 15. Februar diesen Jahres vom Kosmodrom Baikonur aus zur ISS, wo sie am 17. Februar ankam. An Bord waren 1632 Kilogramm Stückfracht, 431 Kilogramm Treibstoff für den russischen Teil der ISS, 40 Kilogramm Sauerstoff und 420 Kilogramm Wasser. Vor dem Schließen der Luken zwischen Progress MS-19 und der ISS bluten die russischen Kosmodauten die Frachtkapsel mit Müll, der auf der Raumstation nicht mehr benötigt wird, darunter auch die dehydrierten Fäkalienreste der ISS-Besatzung. Alles zusammen verglüht dann mit der restlichen Kapsel beim Wiedereintritt. Und täglich grüßt das Murmeltier. Nachdem die ISS bereits letzte Woche Weltraumshort ausweichen musste, war es diese Woche schon wieder soweit. Am frühen Dienstagmorgen, den 25. Oktober um 2.25 Uhr MSZ, musste die ISS erneut ein sogenanntes Debris-Avoidance-Manöver ausführen. Wie die Woche zuvor wurden die Triebwerke des russischen Segments der ISS unter Zuhilfenahme der Triebwerke des Progress MS-20, die am hinteren Ende der Raumstation andockt, gezündet, diesmal 5 Minuten und 5 Sekunden. Damit wurde die Flugbahn der ISS um 880 Meter angehoben und um rund eine halbe Meter pro Sekunde beschleunigt. Ich hatte darüber berichtet, nachdem das bereits die Woche zuvor nötig war, ist es nun also das vierte Mal in diesem Jahr, dass die ISS ein Stück Weltraumshort ausweichen musste. Laut NASA war dies übrigens erneut ein Stück des im letzten Jahr durch einen ASAT-Test zerstörten Cosmos 1408-Satelliten. Ihr erinnert euch, der russische Antisatellitentest. Apropos zerstören. Anfang dieser Woche gab es eine etwas andere Senkrechtstarter-Episode. Ich bin bei meiner Reise in Spanien über eine unglaubliche Geschichte gestolpert. In Südspanien am Strand, nur wenige Kilometer von unserer Unterkunft entfernt, hat im Jahr 1966 die US Air Force vier Atombomben verloren. Abenteuerliche Geschichte mit vielen spannenden Wendungen, verlinke ich dir unter diesem Video. Aber zurück zur ISS. Trotz wiederholt anderslautender Drohung hat der Ministerpräsident der russischen Föderation, Michael Michustin, am 26. Oktober einen Erlass unterzeichnet, der der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos erlaubt, dem Betrieb des russischen Teils der internationalen Raumstationen ISS bis zum 15. November 2027 fortzuführen. Dafür wurden insgesamt 41,7 Milliarden Rubel zur Verfügung gestellt. Umgerechnet so ca. 680 Millionen Euro. Ihr erinnert euch, der ehemalige Roskosmos-Chef Dimitri Rogozin hat er bis zu seiner Entlassung am 15. Juli wiederholt mit der Beendigung der Zusammenarbeit nach 2024 gedroht. Sein Nachfolger ist übrigens Yuri Barisov. Durch die Verlängerung des Programms, jetzt auch auf russischer Seite, ist der Weiterbetrieb der ISS für weitere drei Jahre gesichert. Ein bisschen Eigenwerbung, es war so cool, die vielen, vielen Menschen mit meinem Logo auf T-Shirts, Hoodies und Jacken zu sehen. Da ging mir echt das Herz auf. Ihr seid wirklich die beste Community überhaupt. Ja, der Space Creator Day ist ja jetzt leider vorbei, aber vielleicht suchst du ja noch das passende Outfit für die Zukunft der Raumfahrt. Wenn ja, dann unbedingt in unseren Hashtag Team Space Shop reinschauen, verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Ich arbeite für Weihnachten an einer neuen Kollektion. Einige Artikel werden bis Dezember aus dem Sortiment fliegen, auf die gibt's jetzt Rabatt. Die weltweit stärkste einsatzbereite Rakete, Falcon Heavy von SpaceX, dürfte uns den Start des Jahres bringen. Zumindest wenn SLS und Starship dieses Jahr nicht abheben, was mit jedem verstrichenen Tag wahrscheinlicher wird. Apropos Starship. Viele sagen ja, es gibt zu viele Triebwerke am Starship und daran wäre schon die N1 der Sowjets gescheitert. Da halte ich immer gern dagegen, ja, die Falcon Heavy. Ganze 27 Merlin-Triebwerke tragen mit 2300 Tonnen Schub die 1400 Tonnen schwere Rakete in den Himmel. Das ist so viel Schub wie 18 Boeing 747. Und ja, das lief bisher bei allen drei Starts ohne Probleme. Theoretisch verfügt die Falcon Heavy sogar über die Fähigkeit, den Ausfall von mehreren Triebwerken im Flug zu kompensieren. Die Falcon Heavy wirkt optisch vielleicht wie eine Kerbal Space Program Rakete. Ja, so eine Falcon 9, wo einfach zwei Booster an die Seite geschnallt wurden. Ja, so ist die Höhe mit 70 Metern auch identisch. Die Breite ist mit 12,2 Metern logischerweise deutlich größer. Dass das Dranschnallen nicht ganz so trivial war und SpaceX auch über die Einstellung des Falcon Heavy Programms nachgedacht hat, ja, das steht auf einem anderen Blatt. So richtig erfolgreich war die Gute mit den wenigen Starts ja bisher auch gar nicht. Seit dem Jungfernflug mit Tesla Roadster im Februar 2018 hatte sie ja nur drei Starts. Die Falcon 9 kommt im gleichen Zeitraum auf über 100 Starts. Trotzdem ist die Falcon Heavy seit 2018 bis zum heutigen Tag mit einer maximalen Leo-Kapazität von fast 64 Tonnen die mit Abstand stärkste einsatzbereite Rakete der Welt. Wobei man vielleicht erwähnen sollte, dass die Falcon Heavy noch nie in kompletter Wegwerfkonfiguration geflogen ist, was eine so große Nutzlast erst ermöglicht. Bei dem Start für die geheime US Space Force Nutzlast direkt in einen geostationären Orbit wird nur die Zentralstufe weggeworfen. Daher hat sie auch keine Landebeine oder Grid-Fins. Alles raus, was keine Miete zahlt. Die Seitenbooster sollen aber wieder landen. Wenn dich das Thema der propulsiven Landung von SpaceX mit Selbstmörderlandung mehr interessiert, in der Videobeschreibung findest du meine Technik-Episode zu genau diesem Thema. Aber noch ein Fun-Fact zu dem jetzigen Start. Da die Nutzlast direkt in einen geostationären Orbit gebracht werden soll, muss die Oberstufe mehrfach über einen sehr langen Zeitraum zünden. Die Oberstufe ist dafür mit einem sichtbar grauen Band versehen. Das kann man auch gut auf den Bildern vom Static-Fire-Test sehen. Dadurch wird in der Freiflugphase im Weltraum mehr Sonnenlicht absorbiert, wodurch der RP-1-Tank erwärmt wird. Der Hintergrund ist hier die Viskosität des kerosinähnlichen Stoffs RP-1, das bei zu niedrigen Temperaturen zäh wie Straßenblag wird. Dieses Erwärmen des Treibstoffes mittels Sonneneinstrahlung macht man bei der Falcon Heavy jetzt zum ersten Mal. Bei der Falcon 9 gab es das schon ein paar Mal, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ein Grund, warum man sich diesen Start auf jeden Fall live anschauen sollte, neben den ganzen anderen Besonderheiten. Ich werde mir das definitiv anschauen und hier auf seinen Gerichtstarter live streamen. Woraussichtlich der Starttermin, das ist der 1. November 14.40 Uhr MEZ nach der Umstellung. Wenn wir schon beim Thema SpaceX sind, nicht nur das Verteidigungsministerium kauft immer mehr Leistung bei SpaceX, auch die NASA gibt immer mehr Geld für SpaceX-Dienstleistungen aus. Noch nicht ganz die Nummer 1 bei der NASA oder bei den NASA-Aufträgen dieses Jahr, aber bereits vor Boeing, die noch letztes Jahr Platz 2 innehatten. Vielleicht kurz zu Platz 1. Warum gibt denn die NASA so viel Geld an die Privat-Uni California Institute of Technology? Ja, zum Caltech gehört unter anderem das berühmte JPL. Genau, die Dudes, die den ganzen bahnbrechenden Kram für die NASA entwickeln. Percy, Ingenuity, InSight, Voyager 1 und 2 und noch vieles, vieles mehr. Ganz ehrlich, vermutlich ist jeder Cent von den fast 2,7 Milliarden Dollar sehr gut investiert. Mit dem Wohnmobil in die Wildnis genau mein Ding. Ja, als Influencer brauche ich da natürlich Internet. Auch wenn mir das Digital Detox viel, viel besser tun würde. SpaceX hat die Woche den Vertrieb seines Starlink-Services für mobile Zwecke an Land begonnen. Man merkt aktuell jede Woche neue Service-Meldungen zu Starlink. Ja, ob das Geschäft mit Starlink wirklich so lukrativ ist, wie ich vermute, muss sich zeigen. Selbst Elon Musk hat ja mehrfach gesagt, Starlink soll seine Mars-Pläne finanzieren. Apropos Mars, das bringt uns zu den Starship-News. Es bleibt zwar geschäftig in Boca Chica, aber große Neuigkeiten kann ich euch leider wieder nicht berichten. Zwar läuft alles weiter auf einen ersten Orbitalflug des Starships hinaus, aber wie nah wir da wirklich dran sind, kann ich euch immer noch nicht sagen. Der von Elon Musk angekündigte Zeitraum Oktober-November ist nun halb um und ich würde mal sagen, es sieht nicht so aus, als wäre Starship unmittelbar startbereit. Unter uns, ich würde sogar eher auf einen SLS-Start im November setzen als auf den Start des Starships. Starship soll ja mal in Massenproduktion hergestellt werden, von bis zu 1000 Starships ist die Rede. Da passt durchaus ins Bild, dass die Fertigungsanlagen offenbar erweitert werden. Aktuell errichtet man neue Produktionszelte. Am Anfang der Entwicklung in Boca Chica, da gab es ja tatsächlich nur Zelte, was viele ungläubig schauen lassen hat. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie man sich in Deutschland das Maul über die Tesla-Produktion in Zelten zerrissen hat? Ich weiß nicht, ob Herbert Diess mittlerweile in einem Zelt wohnt, aber Fun Fact, das Model Y von Tesla war im September das meist zugelassene Auto in Deutschland. Noch vor dem VW Golf. Nicht Elektroautos, generell Neuzulassung. Elon Musk, man muss den Mann nicht mögen, aber jeder, der seine Pläne nicht ernst nimmt, handelt meiner Meinung nach grob fahrlässig. Für alle, die ich mit meiner Starteinschätzung zu Starship vs. SLS eben deprimiert habe, auffällig ist, dass wieder große Mengen an Flüssiggas in Tanklastern die Starbase erreichen. Es wird also weiter getestet werden und das hoffentlich auch zeitnah wieder feurig. Grüße gehen raus an Felix und die Y-Family und natürlich an Y-Fotografen Chief. Vielen, vielen Dank für die geilen Bilder aus der Starbase. Kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Am Montagmorgen um 8.35 Uhr, Achtung nach der Zeitumstellung, wird die chinesische Raumfahrtbehörde voraussichtlich das dritte und letzte Modul ihrer Tiangong-Raumstation starten. Die Langermarsch 5B wird vom Wengchang Satellite Launch Center auf der südlichen Insel Hainan starten. Die knapp 850 Tonnen schwere Rakete wird das 22 Tonnen schwere und etwa 18 Meter lange Modul Meng Tian in einen niedrigen Erdorbit bringen, von wo es dann eigenständig die Station erreicht. Die Kernstufe der 5B wird wieder nach mehreren Wochen unkontrolliert auf die Erde stürzen. Ein wichtiger Start, dazu wird es mit großer Sicherheit von mir einen Livestream geben. Definitiv einen Livestream wird es am Dienstag, den 1. November um 10.25 Uhr im EZ geben. Zumindest sollte der Start tatsächlich stattfinden. Die United Launch Alliance wird für die NASA eine Atlas 5401 starten. An Bord mit Joint Polar Satellite System Nummer 2, ein Erdbeobachtungs-Satellit. Als sekundäre Nutzlast, aber wie ich finde, eine viel spannendere Nutzlast. Das Loftit ist ein Experiment für Hitzeschilde, für den Atmosphäreintritt sehr, sehr großer, schwerer Nutzlasten. Das wurde als Konzept explizit entwickelt, um bis zu 40 Tonnen, die für eine Crewmission zum Mars nötig sind, auf dem Mars landen zu können. Tatsächlich gibt es dafür bisher keine erprobte Technologie, die das ermöglichen würde. Weil das Thema so cool ist oder sollte lieber Hot sagen, gibt es dazu nächste Woche passend zum Start auch eine Technik-Episode. Und dann natürlich auch am Dienstag, den 1. November, der eben angekündigte Start des Jahres Falcon Heavy mit der Mission US Space Force 44. Werte ich definitiv streamen, mein erster Falcon Heavy-Start, das live. Geplante Startzeit 14.40 Uhr MEZ. Startplatz natürlich das legendäre Pad 39A am Kennedy Space Center in Florida. Definitiv nicht streamen, werde ich den Hotbird 13G-Start am 3. November. Der ist nämlich um 4.25 Uhr MEZ relativ früh. Transportiert wird er von einer Falcon 9 von SpaceX und gestartet wird von Cape Canaveral aus. Ebenfalls ein absolut sehenswerter Start, dann am Sonntag, den 6. November um 11.50 Uhr MEZ. Northrop Grumman startet für die NASA eine Antares 230 Plus mit einem Cygnus Raumtransporter zu ISS. Genau das waren die Transporter, die als einzige westliche Über-ISS-Reboost-Fähigkeiten verfügen. Startplatz ist Wallops in Virginia und ich würde sagen, den nehmen wir auch live mit, oder? Wenn du diesen und kommende Livestreams von mir nicht verpassen magst, unbedingt zum Abo noch die Glocke drücken, damit YouTube dich erinnert, wenn ich live bin. Aber das Senkrecht-Starter-Abo ist insgesamt ja keine schlechte Idee, denn auf Senkrecht-Starter gibt es ja jede Woche mit den News, die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle wie immer an meine Schutzengel, die Senkrecht-Starter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch wird es Senkrecht-Starter nicht mehr geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, Like nicht vergessen und wenn du mithelfen magst, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, dann teile doch gerne meine Videos mit Freunden, Verwandten und Menschen, denen du damit eine Freude machst. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau. Dein Mau. Dein Mau. Dein Mau. Vielen Dank.